Hallo und herzlich willkommen zu meiner Kanalvorstellung. Ich würde mir einfach mal vorstellen, ich bin komplett erzockt, habe jetzt auch mal angefangen. Habe vielleicht noch ein paar Abos, weil der Kanal schon ein bisschen älter ist. Ich habe dann wegen schulischen Problemen, weil ich ein bisschen mehr lernen musste und alles ein bisschen aufgehört und mein PC war noch nicht so gut. Jetzt nehme ich permanent, sagen wir mal Minecraft, nehme ich permanent mit 300 FPS auf, deswegen sollte es schon gut laufen. Und ja, was soll ich sagen, was mache ich denn? Ticket Lite Projekte ist geplant alleine, vielleicht auch mit jemandem zusammen, erstmal alleine wahrscheinlich. Und dann könnt ihr mir auch gerne was unten reinschreiben. Ticket Tutorials mache ich glaube ich auch irgendwann. Ticket Lite Tutorials und ja, was soll ich denn sonst noch sagen? Ich bin 15, ich spiele Minecraft, viele andere Spiele, keine Ahnung. Und ja, dann hat es Ticket Lite Projekt, einfach ganz normal Ticket Lite spielen mit Hocharbeiten, Maschinen bauen, was auch immer. Und ja, ich hoffe, ihr, die hier zuschauen, auch dass ihr bei den ganzen Projekten dabei seid. Ihr könnt euch auch gerne bewerben, dass ihr mitmachen könnt. Und ja, ich denke mal das war es zuerst mal, war recht kurz, aber ich wollte einfach nochmal sagen, wo ich bin und was ich mache und was ich machen werde vielleicht. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum ersten richtigen Video. Bis zum nächsten Mal.